Du gehst weg. So. Ähm. Ah, scheiß Fische. Das war die Kette, ne? Ja, erst mal los. Dann springen halt zehnmal. Oder? War's richtig? Nee, das war die Kette. Geh bitte wieder runter. So. Und hier jetzt runter. Ja, und dann hier irgendwo hoch, glaube ich. Wäre schön, wenn das hier wäre. Ja. Okay, gut. Und geschafft. Und, okay, weg. Alter, Fische. Seid nicht so aggressiv. Und dann können wir da oben rein. Yay. Oh mein Gott, nein. Ich will nicht. Ey, Viecher, geht weg. Also, die haben geschlafen. Okay. Und rein. Oh nein, oh nein, oh nein. Der dritte Meister. Meilenstein erreicht. Okay, was bist du? Du bewegst dich ja. Ey, 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 ey. Ey, ey, nein. Ey, ey. Oh Gott. Alter. Das sieht nicht nett aus, aber wir schaffen das trotzdem. Wir schaffen das trotzdem. Ähm, Auge. Äh, nicht Auge, sondern das Ding hier. Aber bist du? Nein, geht weg. Nein, geht weg. Oh Gott. Oh, das war fies. Das ist übelst fies. Geht weg. Wo ist das Ding? Da. Ich werde weg, oder was? Ja. Mein Gott. Nein, geh weg. Da bist du da. Nimm ihn doch. Mein Gott. Oh. Ey, der ist irgendwie scheiße. Der ist richtig scheiße. Komm her. Da ist es doch. Zieh. Einfach zieh. Ah, Typ. Scheiße. Ich habe vergessen. Oh, es reicht. Ey, hallo. Hallo, es reicht. So werde ich mal ausgenommen. Aber es wird mich nicht weg. Ich will hier bringen. Ja, wieso? Kann ich das nicht nehmen? Nimm doch einfach. Alter. Okay, ruhig. Ganz ruhig. Nein. Ey, lass mich in Ruhe. Okay, nehmen. Nochmal nehmen. Nochmal. Oh Gott, geh weg. Alter. Wie scheiße der ist. Nimm einfach. Alter. Wo soll ich die denn mit... Ah. Ach, so kann ich auch ausweichen. Die ganze Zeit, oder was? Okay, wartet. Da. Ich habe doch gemacht. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Da bist du. Nein. Ah, fuck. Scheiße. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, das kann ich so was von vergessen. Komm doch mal her. Du scheiß Vieh. Ja, wo ist denn das? Hallo? Da. Gott. Ach, da geht's schon den Weg lang. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Ich bin ausgewichen. Oh, nein. Leute. Okay, wo bist du? Hallo. Wisst'n du? Okay. Das schaffe ich, glaube ich, in diesem Part nicht mehr. Oder in diesen lebendigen Dingern. Äh, 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 äh. Oh. Boah. Alter. Der ist richtig böse, wollte ich nur mal so sagen. Wo ist der jetzt hin? Nichts. Scheiße. Scheiße. Ähm. Sollte er wirklich erst ausweichen, wenn der auf mich Feuer hat? Scheiße. Vielleicht gerade mal die, ähm, die Hälfte und hat schon viel, ziemlich viel Leben von mir weggemacht. Geh doch einfach weg, Alter. Ich verfolge sie mich jetzt einfach, ey. Nicht so schnell. So, ich glaube, das läuft schon ein bisschen besser so, wenn ich die ganze Zeit so sehr genau stehe. Oder auch nicht. Warte doch mal. Ding. Doch, es läuft besser, so. Warte doch mal. Ah, fuck. Nein. Ich habe noch etwas zum Heilen. Vitalium, ja. Das war was... Hallo? Das war etwas zum Heilen. Das weißt du auch. Ach so. Fuck. Oh, nee. Der ist ja richtig aggressiv und scheiße. Du bist blöd. Nicht, nicht noch aggressiver werden. Bitte nicht. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich sowas von verarschen, Leute? Ich komme mit ihm gar nicht klar. Alter. Leute. Hallo. Verarschen. Alter. Es reicht. Ich lade es, äh, lade es mal mein... Alter. Verarschen. Es reicht. Wie soll ich denn da ausweichen? Äh, hallo? Nee, den mag ich nicht. Der ist vollbehindert. Die anderen waren hier noch leichter, aber der ist... Das... Das geht gar nicht. Äh. Habe ich die ganzen Sachen noch? Ja. Okay. Okay. Wir schaffen das schon irgendwie. Auch wenn ich das nicht glaube, weil das ein bisschen doof ist, ne? Schon ein bisschen, ne? Ich würde mich jetzt erstmal ein bisschen besser anstellen. Also ich versuche es. So ist eigentlich gar nicht... Egal. Nein, nicht dahin! Evan! So. Läuft das schon mal ein bisschen besser, ne? Ja, ein bisschen. Nein, andere Seite. Ja. So. Ja, es geht eigentlich. Okay, welches Ding greift mich denn jetzt an? So. Nein. Mal, komm schon. Ich kann nicht. Nein. Ja, ich verstehe es langsam. Langsam verstehe ich die Technik. Ja, dann nicht. Ist mir auch egal. Okay. Ah. Nein. Oh, das war so ein Blubbelding, ne? Blubbels, böse. Beweg dich nicht so schnell, du schleimiges Vieh. Blubbels! Blubbels ist böse. Ich habe das... Oh Gott, nein! Oh, du scheiß Vieh. Okay, warte mal. Du, ich bin jetzt mal ganz kurz dieses Vitalium. Ich habe mich geschützt. Geht weg! Geht weg! Ich bin gar nicht so nah ran. Oh, fuck. Nein! Ey. Das hat sich so... Schon ziemlich scheiße. Geh weg! Oh Gott. Wo ist denn das Ding? Hä? Macht da irgendwas? Ich sehe gerade gar nichts irgendwie. Da. Nein, pass auf. Oh Gott! Okay, lauf. Oh, meine Hand. Ich fühle es die best. Vielleicht noch diese scheiß Arme dazu. Ey, wie soll ich denn das machen? Macht es da um. Ist doch... Ah! Ah, der erregt mich voll auf. Dann nimm das nicht an. Hallo! Blubbel. Oh, hallo. Da. Blubbels! Geht weg! Blubb... 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 Oh Gott, nein! Ah, ich habe... Ich drücke immer das... Dass er sich schützen soll. Aber er macht es nicht. Ich fühle mich in meinem Leicht verarscht. Aber nur ein bisschen. Also... Jetzt. Nein, doch nicht. Hä? Hallo? Hä? Wo bist du da? Jetzt wird er böse. Nee, doch nicht. Okay. Nein, pass auf. Ich habe... Hallo! Ich habe... Mich geschützt! Dann nimmt das einfach nicht an, dieser Arsch. Ja, nochmal. Ich schaffe das jetzt heute und so. So. Ich schaffe das. Ich muss mich nur ein bisschen klüger anstellen. Dann funktioniert das schon. Ja, hallo. Wo ist mein Ding? Ding? Da. Oh, scheiße. Okay, das war jetzt schon mal dumm. Ich glaube, ich glaube, ich bleibe gerade in die falsche Richtung. Wo ist denn das Ding immer? Kommt das ja gar nicht mehr an. So. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. Nein, geh weg. Böses Vieh. Okay. Schön hinterher. Und man sieht ja irgendwie... Nein, das war dumm. Nein. Nein, ich habe mich doch geschützt. Oder eher versucht. Aber... Dann macht er nicht das, was ich will. Der Blöde. Nein! Schütz dich einfach. Schütz dich! Oder auch nicht. Pass auf, geht er weg. Oh, scheiß Blubbels. Blubbel, geh weg. Danke, Blubbel. Wo ist mein Ding jetzt schon wieder? Oh, dieses Ding ist auch immer weg. Das tritt mich aber auch auf. So, jetzt. Immer schön langsam und vorsichtig. Vorsichtig dich dem Ding nähern. Und dann angreifen. Und das Blubbel dann auch zerstören. Nur irgendwie... Okay, nein. Das war dumm. Das war dumm. Ah. Okay. Nimm das doch einfach, Junge. So. Nein, pass auf. Ich habe... Ich habe mich ge... Das dreht mich auf. Glaubt ihr mir das? Ich hoffe mal, ne? Ah, Blubbel, nein. Blubbel, du bist... Blubbel! Ach, Gott. Alter. Böse. Und so. Nein, lass mich in Ruhe. Guck mal, Blubbel. Hallo, wo ist mein blaues Ding schon wieder hin? Da. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, wo hänge ich denn hier fest, Mann? So. Wir sterben. Oh, scheiße. Okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay, gut. Oder auch nicht. Okay. So, ziehen. Weiter laufen. Ach, mach doch da ran, Mann. Jetzt zieh. Danke. Läuft ja besser als die letzten Male. Wo ist das blaue Ding? Das verschwindet immer, Alter. Das ist richtig böse. Nein. Schütz dich. Oder so. Der kommt ja irgendwie nicht an mir ran. Bitte nicht böse werden, das will ich nicht. Ich glaube, wir schaffen das das mal. Oh, Mann. Nimm es doch. Ich fühle mich da immer so verarscht, wenn er das nicht nimmt. Blubbels. Blubbel. Blubbel. Weg. So. Wo ist das böse Ding? Da. Aber das ist da so rum... Dings da so... Von einem Platz zum anderen. Nein. Werd. Werd. Pass auf. Oh, scheiße. Okay, geht erst mal weg, bitte. Ich bleibe erst mal bitte schützen zu stehen, damit ich ein bisschen Leben bekomme. Damit ich noch ein bisschen mehr Leben bekomme. Bitte. Geh weg. Gegenstand beschädigt. Welches? Was? Ey, hallo. Was machst du denn da? Wo ist das Vieh? Wo ist mein Blaus Vieh? Hallo, ich... Ähm... Hallo, ich... Ich wollte doch nur... Hallo. Was ist denn hier... Mit meinem... Blaus Vieh hier los? Hallo, ich... Ähm... Hallo? Wo ist meine Kette? Ich wollte nur wissen, wo ich meine Kette hier habe. Weil irgendwie ist die ja nicht mehr da und so und... Ich will nur nicht... Was? Anlegen. Ich habe hier doch alles angelegt, wo ist meine Kette? Wo ist mein Kette? Nicht mehr. Ich lame. Scheiße.